halten dass wir hier wenigstens zügig vorankommen so warte jetzt bleibt er stehen zum glück ein fleisch bestehen reden meine güte nach schönes wetter findest du dich auch lalalalalala so moment ich muss mal ganz kurz drei masken auflegen mehr mehr bitteschön dass uns verstecken spielen ja wir spielen jetzt ein bisschen versteck ist das hier ist die verkackte höhle hier müssen wir als zora durch wie ihr wahrscheinlich jetzt abend so einmal hier lang einmal hier vorbei die nächste röhre und dann einfach immer geradeaus alle das war der ausgang nein hier wollte ich doch nicht hier ich brauch doch erstes kann ich doch mal zurück hässlicher fatzge toll sagt bloß ich muss hier raus auch nieder leck mich doch muss ich doch noch mal das safe game laden sorry leute wird es leid aber ne ich lasse doch jetzt nicht das herzteil hier liegen so kommen zurück verwandeln gibt mir zwei masken da haste da haste so ja 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 komm leckt mich doch am feierabend jetzt alles ganz jetzt ein bisschen schneller wie sonst link moment wo war der typ wieder da ist er doch anquatschen noch schönes wetter ja 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 ganz wie du sagst so hier haste hier haste und da haste so haben wir noch was komm mach ihn jetzt ich hätte links gemusst das weiß ich ja zum glück wenn ich jetzt hier nochmal abspeichern mache ich das ganz schlau nämlich so also hier rein eine röhre überspringen hier rein und dann da rein und hier soll jetzt das herzteil rumliegen tut es das ja das tut es so das war auch leicht ich glaube das resettet uns genau das resettet uns wir sind jetzt wieder hier am anfangen ich bin gerade ein bisschen leise sehe ich gerade ich soll ich werde mal ganz kurz mein mikrofon neu ausrichten passt perfekt so geht wieder hier lang eins überspringen hier lang und jetzt einfach hier einfach nur geradeaus das ist gut jetzt jetzt kann der typ auch ganz gern meine maske haben das ist mir jetzt schnuppe reden du hast mich gefunden ich brauch mehr masken da hast du mehr masken da haste da haste ja da haste ich frage mich wenn das das einzige richtige magst ach ja egal schon wieder verlesen ich kenne die ganzen texte nicht auswendig das ist nämlich das problem so eingehen wir jetzt zum vierten da werden wir die masken alle los und dann bekommen wir beim fünften und letzten der wo man schon das maske trägt wir kommen wir von dem die special maske jetzt muss ich aber erstmal den twin mold deppen finden der ist hier naja schönes wetter ne so ein schönes wetter könnten wir zwei draus machen so einmal zweimal dreimal und viermal so bla 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 wir spielen verstecken von mir aus gerne so jetzt sind wir logischerweise im linken labyrinth so mal gucken was hier in den krügen drin ist magie 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 wir scheinen viel magie zu brauchen anscheinend da soll er wohl mit sein so momentan hole ich doch gleich mal ganz kurz mein salami Messer raus hier und gut nacht so ich habe ja gesagt soll wohl mit sein so 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 ein hässlicher mythenstein na toll so man 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 der trifft der trifft mich ja ständig obwohl ich zurück war ich man der auf mich zu treffen jetzt ey ey okay da dem komme ich so nicht weiter ja ja aber der hat jetzt gesessen junge und der hat auch gesessen und das licht ist aus so dreieinhalb herze verzockt ja bomb dich selbst weg probleme gibt's ja nicht glaub's ja wohl so fanghacken hoch so kiste Pfeile ja 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 ist schon gut so hässlicher mythenstein so war so ein Bettnässer hier aber das war jetzt sehr unkonventionell hau ja chill doch mal dein leben alter ruhe also ihr seht das finschwert schlägt richtig feste zu aber jetzt habe ich mich ein bisschen blöd angestellt bei den zwei gegnern also das hätte man jetzt wirklich besser machen können schaut euch mal die herzen an also es war jetzt wirklich grottenschlecht wow ich hab zehn krabbelminen bekommen zum ersten mal und die brauchen wir jetzt auch nur hier um dieses blöde loch da freizubomben ich will mal ganz kurz was ausprobieren wieso ob ich jetzt wird sich auf einmal WTF na egal egal nicht drüber wundern einfach genießen das ist das blöde blöde scheiße geht nicht ah toll ah toll ja 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 ich weiß die zeit drängend so geht doch so leider generiert nicht gegen die kiste laufen mal zack und hier liegt einfach das herzteil rum und damit haben wir alle 20 herzen juhu zum allerersten mal alle 20 herzen ohne das ist doch es ist doch endlos geil jetzt einfach ah da oben na toll geh doch boah boah alle 20 herzen zum allerersten mal also jetzt haben wir zelda offiziell hundertprozentig durchgespielt wir haben alles geholt was zu holen geht wir haben alle 24 masken wir haben alle äh sechs flaschen wir haben alle 20 herzen also damit ist jetzt zelda offiziell durchgespielt du hast mich gefunden ich brauche mehr masken ja du kannst du haben so hier das Ding ist immer so erschrocken dass er einen Schritt zurück geht so jetzt kommen die letzte maske da da so ja das gesicht unter deiner maske ist das dein wahres gesicht und jetzt beginnt das finale der endboss kampf gegen mach schalte schalte und ich weiß garantiert dass ich fehlen werde weil ich mich sowas von blöd anstellen werde naja 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 was soll's ich weiß jetzt nicht mache ich jetzt hier nochmal einen cut rein hm ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher naja komm wir machen's einfach alle sind jetzt fort oder möchtest du mit mir spielen ja hast du zufällig ein paar masken übrig gut dann machen wir halt etwas anderes lass uns räuber und schandarm spielen genau das spielen wir du hast das gesicht der grimmigen gottheit erhalten kann es sein dass die dunklen mächte in die dieser maske schlummern noch verheerender sind als Majora selbst drück sie und finde es heraus bist du bereit du bist der böse räuber und weil du böse bist musst du davon laufen prima oder gut spielen wir und jetzt geht's in die endboss kammer und hier werde ich nochmal ganz kurz eine unterbrechung machen und wir sehen uns gleich wieder im finalen kampf